Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und du möchtest sie mir wirklich schenken? Natürlich. Das Lied aus der Zeit, das Lied bleibt in Ewigkeit. Kennst du Josef Schmid? Natürlich kenne ich ihn. Auf der Musikschule in Dresden haben wir ihn immer aufgelegt zum Aschermittwoch. Das Schönste sind ja die Arjen aus dem Zigeuner Baron. Dazu sind wir herumgesprungen wie die Verrückten. Und was sind das für Steine? Das sind Fossilien. Jemand aus Halle hat sie mir geschenkt. Das ist ein Igel von vor 50 Millionen Jahren. Blätter von vor 80 Millionen, hat er mir gesagt. Und was ist das? Das ist noch länger her. 300 Millionen Jahre. Deine Stadt? Komm, wir tanzen. Hier reicht die Sterne. Jeder von uns hört sie so gerne. Von Liebe singt es euch. Von Treue 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 singt es euch.